Der Text ist ab und zwar ebenfalls namentlich. Ich eröffne die Abstimmung. Die Abstimmung ist angenommen. Herzlichen Dank an die Verfasser. Die Abstimmung erfolgt namentlich. Ich eröffne die Abstimmung. Die Abstimmung ist geschlossen. Die Abstimmung ist geschlossen. Teil 1, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Teil 2, wer ist dafür? Dagegen?